Hallo Polizei, ich wurde enthürt. Melissa? Aiche, was machst du? Ich esse so Schokokig. Ey, der Polizei! Pst, fülle. Achso, Praktikum. Aiche, ich wurde enthürt. Es? Ja. Weißt du, wie er aussieht? Er hat eine Maske auf. Alles gut, dir kann nichts passieren. Wegen Corona, er muss eh Abstand halten. W-was? Aiche, er hat Waffne. Heitschne? Ja. Handschellen? Ja. Wo ist jetzt genau das Problem? Gönn dir doch, Schwester. Aiche! Aiche! Er kommt runter. Er darf nicht wissen, dass wir telefonieren. Telefonierst du? Nein. Willkommen bei McDonalds. Ein Chicken Caesar Wrap, bitte. Und haben Sie diese neuen Chicken Nuggets noch im Angebot für 2,99? Aiche! Oh mein Gott, sorry. Zwei Chicken Caesar Wraps. Nimm mich mit. Melissa! Ja? In deinem Menü kannst du ein Spielzeug aussuchen. 12 Peter Medizeit! Schöneine! Jürgen Frägerage Cups! Strecke? Jürgen Fräge...